Bert Brecht hätte es sicher gefallen, dass in seinem Theater am Schiff Bauer Damm der Herr K. auf der Bühne steht. In diesem Fall allerdings der Herr Krömer. Ab heute zeichnet er mit Publikum die neuen Folgen seiner Late-Night-Show auf. Zu sehen im 1. ab 10. August. Aber die Abendschau lässt er natürlich immer schon vorher rein. Abendschau ist da, mein Name ist Kurt Krömer. Leute, es geht wieder los. Wir sind hier exklusiv in der, wie heißt es beim Fernsehen, Kulisse. Wir sind in der exklusiven Kulisse von Kurt Krömer. Das ist mein Name. Koch-Ecke, Sitz-Ecke und hier Knaller. Viele von Ihnen werden es nicht kennen. Ist ein Bett. Neues gibt es eigentlich. Ich wurde gefragt, ob wir eine Pressekonferenz machen. Und dann habe ich gesagt, es ist albern, weil Pressetext würde lauten Staffel 2, Siehe Staffel 1. Und wir haben natürlich andere Gäste. Wonach werden die Gäste ausgewählt? Ob sie Zeit haben. Welche sind das? Sagen Sie mal ein paar. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, diesen exklusiven Einblick hier hattet in die Welt des Herrn K. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.